Und nicht, du hast diese Gnadengaben bekommen, subhanallah, das ist ein Widerspruch. Und das wird im Koran genau ausgedrückt. Der Koran sagt ganz deutlich, im Vers 4156, Ich habe die Menschen, die Jinn, nur erschaffen, damit sie medien. Wir haben gesagt, drei Fragen, wo komme ich her, wo gehe ich hin, was ist der Sinn meines Lebens? Das Koran beantwortet dies in zwei Sätzen. Zwei. Wir kommen von Gott und zu ihm kehren wir zurück. Also, dass wir von Gott kommen und zu ihm zurückkehren. Und wo kommst du her, wo bist du hin? Was gibt es dort? Paradies und Hölle. Dann wird gesagt, warum wir es so schaffen? Ich habe die Jinn, eine bestimmte Art von Wesen, Geisterwesen, die wir nicht unmittelbar wahrnehmen, und die Menschen nur erschaffen, damit sie medien. Jetzt wird natürlich sofort jeder die Frage stellen, wie kann es sein, Gott erschafft uns, damit wir ihn dienen? Hatte Gott das Bedürfnis, dass wir ihm dienen? Das ist eine logische Schlussfolgerung, eine Frage, die man stellt, die wird auch sofort im Koran auch beantwortet. Als allererstes müssen wir das Wesen von Gott verstehen, einigermaßen verstehen. Wir können es nicht vollkommen umfassen, aber wir müssen wissen, dass Gott nicht irgendjemand ist wie du oder ich. Gott ist anders als alles, was wir uns vorstellen. Gott sagt im Koran, sprich, er, Gott ist ein einziger, der ewig unabhängig von dem alles abhängig ist. Er hat nicht gezeugt und er wurde nicht gezeugt. Wir kommen alle von irgendetwas, aber er hat kein Anfang und kein Ende. Und nichts ist ihm gleich. Das heißt, wenn du etwas willst, wenn du hier etwas zu trinken kaufst, dann kaufst du das, um zu trinken, weil du durfst das. Wenn du, und wenn du es nicht bekommst, dann hast du einen Mangelerschein. Wenn du, dein Nachbar ein dickes Auto hat, trifft nicht auf jeden zu, und du willst dann auch ein dickes Auto, weil du neidisch bist auf deinen Nachbarn, dann hast du ein Bedürfnis, was du dir nicht erfüllen kannst. Wenn du etwas essen willst, oder wenn du eine Frau haben willst, oder einen Mann, je nachdem, ja, und du kriegst das nicht, dann hast du einen Mangel, eine Mangelerscheinung. Das ist ein Mangel für dich, ein Verlust für dich. Aber, das bist du. Das bin ich. Aber das ist nicht Gott. Denn Gott ist allmächtig. Er hat dich erschaffen, um ihm zu dienen. Braucht er deinen Gottesdienst? Absolut nicht. Allah sagt in einem heiligen Hadith, der allmächtige Gott, Gott sagt in einem heiligen Hadith, Ja, Ibadih. Oh, meine Diener, Oh, meine Diener, wenn der Erste von euch, und der Letzte von euch, und die Menschen, und die Geisterwesen, alle, das beste Herz von dem Besten von euch hätten, das Gottesfürchte, das frumste Herz hätten, das würde in meiner Macht nichts hinzufügen. Dann sagt er, Oh, meine Diener, Oh, meine Diener, Das heißt, Gott braucht dich nicht. Du brauchst ihn. Und das Problem ist nur, dass viele von uns zu arrogant sind. Diener hört sich für dich schlecht an. Aber der Islam befreit dich. Denn du bist jetzt Diener. Von so vielen Faktoren. Du bist Diener von dem, Diener von dem, Diener von deinem Nachbarn. Was denkt der über dich? Was ist mit dem? Was denken diese Leute über dich? Aber dann, wenn du Islam annimmst, bist du von diesem ganzen, von dieser, von dieser, von dieser Sklavenschaft, von diesem Sklaventum, gegenüber der Schöpfung, befreit. Und du bist nun noch Diener des Allmächtigen Gottes. Und wenn du Diener des Allmächtigen Gottes bist, was ist der erste Nutzen, den du bekommen wirst? Der erste Nutzen ist, dass du ein glückliches Leben führen wirst. Subhanallah, in welchen Ländern, viele reden über die islamischen Länder, es soll sich keiner angegriffen fühlen, in welchen Ländern ist die Selbstmordrate am niedrigsten? Trotz Selbstmordanschläge. Die islamischen Länder, das sind nicht meine Worte, das sind Statistiken. Es wird immer über die islamische Frau geredet. Wie sie sich fühlt. Wer redet darüber, wie sich die islamische Frau fühlt? Alice Schwarzer, Angela Merkel, Madonna, Britney Spears, Mariah Carey, frag die islamische Frau, wie sich die islamische Frau fühlt. Frag nicht mich, frag meine Frau. Alhamdulillah, weil Glücklichkeit, glücklich sein, ist nicht etwas, was abhängig ist von der Länge der Haare, was abhängig ist von der Figur, weil du hast viele Frauen, die schön sind und viele Frauen,